So Leute, ich habe es endlich geschafft auf Level 150 zu kommen und wie ihr seht, jetzt habe ich auch den Stil von ihr, nämlich die Chrom-Variante. Was man dafür machen muss, ist eigentlich ganz simpel, in Anführungszeichen, nur auf Level 150 hochspielen. Wie ich das Ganze am schnellsten gelöst habe, ist eigentlich ziemlich simpel, nämlich einfach die blauen Aufgaben. Ich habe mich wirklich fast nur um die blauen Aufgaben gekümmert. Ihr seht ja, ich habe jetzt hier, bin ich schon Schaden verursachen bei 20.000, ich hier füge Schaden bei Gegnern zu, 500.000 Schaden bin ich jetzt schon 100 Mal unter den letzten 10 sein, Baren bin ich bei 50.000 schon inzwischen angekommen. Also ohne Quatsch, kümmert euch halt wirklich um die Aufgaben, besonders halt um diese drei Aufgaben immer, weil die XP dafür, die merkt man schon am Ende. Weil irgendwann hast du natürlich kaum noch Aufgaben, die du zu machen hast, dauert natürlich ein bisschen, um Gottes Willen, aber es läppert sich wirklich zusammen. Wenn du jede Runde, sag ich mal, wenn du nur zwei schaffst, sind immer schon wieder 4.400 XP, die du easy einsammeln kannst. Dann hast du das Ganze natürlich in Gruppenkeile gemacht, also so könnt ihr den Stil auch locker freischalten. Und ich glaube da wirklich an euch und in dem Sinne, ich merke schon, alle sind irgendwie doch fleistiger am Leveln als letzte Season. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein.